Es gibt schon recht viele Flüchtlingsfilme. Was ist das Besondere an diesen? Das Besondere an den Filmen Land of Transit ist, dass es eine Doku ist. Und zwar hat der italienische Regisseur Paolo Martino den Iraker Rahel auf seinem Weg begleitet von Italien nach Schweden. Und es gibt ganz viele persönliche, intime Interviews und das Ganze gibt einem einfach einen besseren Einblick in die Flüchtlingsthematik. Du hast den Film ja im Gegensatz zu unseren Hörern schon gesehen. Kannst du uns so ein bisschen was über den Protagonisten erzählen, ohne zu viel zu verraten natürlich? Ja, Rahel ist 27, kommt aus dem Irak und ist ein sehr engagierter junger Mann. Er möchte seine Rechte unbedingt einklagen, obwohl er aus dem Irak kommt oder gerade deswegen. Und er ist einfach ein sehr politischer junger Mensch, den ich sehr interessant und sehr spannend finde. Nach dem Film wird es dann auch noch eine Podiumsdiskussion geben? Wird es dann speziell um den Film gehen oder auch um Flüchtlingspolitik im Allgemeinen? Es wird natürlich um den Film gehen. Es geht aber auch generell um Flucht und Migration und vor allem um frauenspezifische Fluchtgründe. Wer sitzt dann so auf der Bühne? Genau. Rahel, der Iraker und Protagonist, sitzt auf der Bühne. Der Regisseur ist dabei. Besheed Najafi von Agisra wird da sein und Rahel Lorenz vom Lewakosuner Flüchtlingsrat. Und das Ganze wird von Priya Barte mitmoderiert. Du hast gerade Agisra erwähnt. Von Agisra wird das Ganze ja auch mitorganisiert. Die Leute, die so ein bisschen in der Flüchtlingsarbeit unterwegs sind, kennen Agisra wahrscheinlich. Aber kannst du trotzdem noch mal erzählen, was das ist? Genau. Ich mache ja gerade mein Praktikum bei Agisra und das ist eine Informationsberatungsstelle für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen. Und Agisra bietet psychosoziale Beratung, Begleitung und Therapie an. Bei euch geht es viel um Frauenrechte und um Rassismus auch. Sind, glaube ich, so Themen bei Agisra, die behandelt werden? Genau. Also wir kämpfen, beziehungsweise Agisra kämpft gegen jegliche Art der Diskriminierung. Und Agisra setzt sich speziell dafür ein, dass Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen, genau, einfach setzt sich speziell für die Rechte von Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen ein. Frauenrecht und Rassismus, Diskriminierung und so, das sind ja gerade Themen, die, ja, ich sag mal, Köln und den Rest der Welt beschäftigen. Wie ist die Stimmung so bei euch? Bekommt man was davon mit? Ja, das ist ein sehr großes Thema bei uns und es wird auch bei der Podiumsdiskussion mit Sicherheit mit einfließen, spätestens wenn das Publikum Fragen stellen wird. Aber auch von den Personen, die mitdiskutieren, wird das bestimmt angesprochen werden, weil es einfach zurzeit ein sehr großes Thema ist und einfach zu dem Thema anpasst. Bilden und informieren, das ist so das, was ihr macht und was wahrscheinlich gegen Hetze und Pauschalisierung hilft. Das macht ihr unter anderem, indem ihr Europa Land of Transit zeigt, ein Dokumentarfilm. Kurz nochmal alle Eckdaten dazu, wann, wo und wie viel? Genau, der Filmabend wird nächste Woche Donnerstag, den 21. sein, im Filmforum im Museum Ludwig ab 19 Uhr. Und als Eintritt haben wir einen Mindestspendenbeitrag von 4 Euro und wir haben ein sehr großes Freikartenkontingent für Flüchtlinge. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir einfach ein kulturelles Event starten möchten, in dem es darum geht, den Fokus der Debatte wieder auf das Wesentliche zu richten, nämlich die betroffenen Flüchtlinge selbst.